Solche Gala-Auftritte hat man nicht allzu oft von ihm gesehen. Und sie warten so ein bisschen darauf und hoffen, dass unter den neuen Verhältnissen bei Mick Itajan der Knoten platzt, der so viel kann. Und der ist perfekt, den Kammer zu machen. Jetzt erstmal Gündogan auf Mick Itajan, das ist großartig, das musste man vollführen, das ist Marco Reus und das ist das Amil für 1 zu 0. Endlich. Klasse gespielt. Und edel vollendet. Und das ist großartig, das ist großartig. Now the storm that's, now the storm that's taken over. Mick Itajan, Doppelpack des Arminias. Hey, aus dem nichts, Henrik Mick Itajan. Was für ein Tor. Aber hat man den Mick Itajan schon mal so selbstbewusst gesehen? Was für ein Tor. Und das ist großartig, das ist großartig, das ist großartig, das ist großartig, das ist großartig. Ja, aus dem nichts, das ist großartig, das ist großartig. Und das ist großartig, das ist großartig. Und ich bin gleich, das ist großartig, das ist großartig. Ich bin gleich, aus dem�� Motor. Musik 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 Mkhitaryan Er gibt noch einen! 5-0 Perderpack Henrik Mkhitaryan Lubenreiner Hattrick Wahnsinn Musik 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 Das geht alles zu schnell und da ist es 4 zu 3, er trifft schon wieder, Henrik Mikitalian. Untertitelung des ZDF für funk, 2017